Sabrina sitzt wegen Multiple Sklerose seit einigen Jahren im Rollstuhl. Doch wer denkt, dass die sie davon abhält, aktiv am Leben teilzunehmen, liegt falsch. Sabrina mag es, mit Freunden auf Konzerte zu gehen. Und bei ihrer Arbeit in der elektronischen Datenverarbeitung ist sie stets topmotiviert. Sie lebt im Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte WBZ in Rheinach in einem von 70 behindertengerechten Zimmern. Ein individuell auf sie zugeschnittener Arbeitsplatz ermöglicht ihr und 140 anderen Menschen mit primär körperlicher Behinderung viel Selbstverantwortung wahrzunehmen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ob in der Beschäftigung, der elektronischen Datenverarbeitung, im Flohmarkt, in der Gastronomie, im grafischen Servicezentrum, in der Treuhand oder der Verwaltung. Das WBZ blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte in der sozialen Integration von Menschen mit Behinderung zurück. Seit einem halben Jahrhundert haben wir uns mit einem konstruktiven Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung einen Namen gemacht. Die Vorreiterrolle in Bezug auf die zeitgemäße Entwicklung der Arbeits- und Wohnangebote für Menschen mit Behinderung ist ein Grund dafür. Die kompetente Teilhabe in möglichst normalisierten Lebenssituationen ein anderer. Zusammen erarbeiten wir verschiedene Dienstleistungen und Produkte, ganz nach unserem Leitmotiv. Die Fähigkeit zählt, nicht die Behinderung. Für Sabrinas Arbeit am Computer wird sie leistungsgerecht entlohnt und profitiert von Zusatzleistungen vor Ort, wie beispielsweise Therapien. Unsere treue Stammkundschaft kommt natürlich nicht nur wegen der marktkonformen Angebote zu uns. Mit jedem gekauften Produkt oder jeder gekauften Dienstleistung erhält sie einen sozialen Mehrwert. Schließlich generiert jeder Auftrag an uns nicht nur Umsatz, sondern auch qualifizierte Arbeit für Menschen mit Behinderung. Egal ob jemand von einer Dienstleistung Gebrauch macht oder unsere Produkte kauft. Möchten auch Sie im WBZ wohnen und arbeiten? Dann melden Sie sich bei uns. Oder wollen Sie sich für das WBZ engagieren? Wir bieten viele interessante Stellen für Fachpersonal in der Agogik und der Pflege. Oder stellen Sie zusammen mit anderen motivierten Freiwilligen sicher, dass auch nicht finanzierbare Leistungen angeboten werden. Oder haben Sie Lust, uns finanziell zu unterstützen? Dann spenden oder helfen Sie uns, Privatpersonen, Firmen und andere Institutionen zu finden, denen Menschen mit Behinderung am Herzen liegen. Als CWO-zertifizierte Institution garantieren wir Ihnen, dass jede Ihrer Spenden dort ankommt, wofür Sie gespendet haben. Das Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte, WBZ. Die Fähigkeit zählt, nicht die Behinderung. Und abなた es nur noch als in der Abцияurt. Ich hoffe, dass wir einen Moment im Wir haben noch alle Flow- und Abkastung, dass wir Ihnen hier in der Abkastung machen. Da wir haben einen Abkastung im Коллег, dass wir uns hier aus der Abkastung veriritatmen. Wir haben mit der Abkastung bei einem Abkastung, wir werden wir uns hier. Vielen Dank.